Herzlich willkommen bei Messe TV auf der LearnTech in Karlsruhe. Bei mir der Hashtag von Serious Games Solutions. Was genau machen Sie? Was haben Sie uns mitgebracht? Wir entwickeln Serious Games. Serious Games sind Computerspiele mit einem nicht spielerischen Zweck. Das heißt, wir entwickeln Spiele, die zum Beispiel für Verkaufsförderung oder auch zum Lernen eingesetzt werden und da sind wir seit mittlerweile 20 Jahren im Geschäft. Was ist denn für Sie so die Zukunftsession? Wo geht es hin? Wo geht das Gewerbe hin? Wo geht die Branche hin? Wo geht aber auch Ihre Firma hin? Wir stellen einen ganz eindeutigen Trend fest und das sind die mobilen Plattformen, das heißt iPad, iPhone und Co. Die werden immer wichtiger und wir entwickeln immer stärker für diese Plattformen. Daneben sind natürlich immer noch die klassischen Browser-Plattformen sehr wichtig, aber die mobilen Plattformen eröffnen einfach so viele neue Möglichkeiten, dass wir dort unsere Geschäftsfelder einfach massiv erweitern können im Moment. Wie wichtig ist für Sie gerade bei solchen Dingen die LearnTech Karlsruhe, hier die Messe, die Leitmesse für E-Games international? Ist sie wichtig für Kunden, Neufindung oder für Pflege oder was ist entscheidend für Sie? Wir sind ja schon seit den 90er Jahren auf der LearnTech, das heißt wir sind also schon sehr lange Gast hier und für uns ist es sehr wichtig, dass wir hier sowohl unsere Kunden wieder treffen können, unsere Kunden sehen können, als auch neue Kundengruppen hier erschließen können. Das ist klassisch einfach die beste Plattform hier im süddeutschen Raum. Wunderbar, herzlichen Dank und weiterhin viel Erfolg auf der LearnTech Karlsruhe. Dankeschön. Dankeschön. Dankeschön.